Da hat jemand den Bären ziemlich wütend gemacht, Alter. Guten Morgen, was geht ab, ihr Bären? Ich heiße euch herzlichst Willkommen zu Arnolds 2.0 Week, Baby. So sieht es aus, wir befinden uns mitten in der Peak Week. Das ist gerade einmal kurz vor sieben. Ich bin schon ein paar Stunden wach, konnte nicht mehr richtig schlafen. Ihr kennt es, die Prep Kickt, aber heute ist der letzte Tag in Berlin. Sprich, wir fliegen heute Nachmittag nach England, wo die Arnolds Europe bzw. Arnolds UK stattfindet. Ich sage es euch, ich habe die letzten Tage nochmal richtig Gas gegeben und will auf jeden Fall dort abliefern. Saisonabschluss dort machen und ein richtig geiles Paket auf die Bühne zaubern. In diesem Sinne heißt es jetzt erstmal Wasser, Grizzly Shreds ins System, Stefan Formcheck schicken und dann einen Hoodwalk machen. So, wer die Insta-Stories und ja, mein Insta verfolgt, wer es nicht macht, sollte es tun. Der weiß, ich bin auf jeden Fall raus, gerade was Cardio angeht. Ihr wisst ja, ich bin doch eigentlich schon ein kleines Cardio-Bunny, aber aktuell versuchen wir wieder das Gewicht zu machen. Von der letzten Arnolds, man nimmt da immer so ein Rebound mit nach dem Wettkampf, wo es erstmal ein bisschen hoch geht. Jetzt versuchen wir wieder runter zu drücken. Wie machen wir das Ganze? Wir reduzieren Stress auf den Körper. Wir haben die Kohlenhydrate runtergefahren, nicht ganz rausgenommen. Wichtig ist das wirklich, das Stresslevel zu minimieren. Das macht man zum einen durch Cardio, weil Cardio eine Belastung ist und ich mache Cardio immer ziemlich aktiv, würde ich sagen. Und zum anderen durchs Training. Also dieses Pussy im Training Shirt könnt ihr mir jetzt auf jeden Fall zukommen lassen, weil das ist gerade der Fall. Also es wird nur noch irgendwie so durchgepumpt und bevor es richtig Spaß macht, eigentlich aufgehört. Deswegen, ich sage es euch, diese Wettkämpfe, Peak Weeks, Trainings, die bocken einfach nicht, sage ich euch, wie es ist. Ich mache, was der Coach mir sagt, denn dann weiß ich, dass das Beste dabei rauskommt. Und was ich gelernt habe, dass Stefan auf jeden Fall das Auge hat und wenn ich was mache, was er sagt, es immer funktioniert. Was auch funktioniert, Boys & Girls, Grizzly Shreds ins System, wenn das Video rauskommt. Gibt es das auf jeden Fall im ESN Shop zu kaufen. Limited Stock, also ich weiß nicht, ob es noch da ist. Und ich sage euch eins, ich habe hier jetzt 20 Gramm drin. Ich zeige euch einfach mal ganz kurz, wie sich das Ding auflöst und dann muss ich eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Ich klatsche mir auf jeden Fall Wasser rein. Und ich sage es euch, also es ist nicht mehr umgerührt. Und löst die schon auf, jetzt gehe ich hier rein. Gibt es dem noch irgendwas hinzuzufügen? Also ich sage mal Prost und allein mit der scharfen Suppe. Es hat hier so ein bisschen feurigen Chili-Geschmack drin. Ihr wisst ja, der Special, der auch schon im Grizzly Punch drin ist, den Pre-Workout-Booster, den es zu Olympia immer gibt, gibt es beim Shred. Geile Effekte auf den Fettstoffwechsel, auf die Fettverbrennung jetzt gerade, wenn der Sommer kommt, ein auf jeden Fall ideales Produkt ist. Ich sage euch ganz ehrlich auch, es ist nicht die, also ihr dürft jetzt kein Geschmackshighlight erwarten. Das ist jetzt nicht was ultra geiles wie in IsoClear, was man sich mal so reinkippen kann. Deswegen empfehle ich einfach Glas nehmen, rein mit dem Zeug und dann werdet ihr euch aber von der Wirkung definitiv überzeugen lassen können. Ich habe jetzt 20 Gramm, die scharren schon ordentlich. Ich würde auf jeden Fall mich da langsam rantasten, auf jeden Fall erstmal eine Dosis nehmen. Morgens vorm Cardio oder Pre-Workout geht beides. Abends würde ich es dann nicht mehr empfehlen, ist zwar nicht super viel Koffein drin, sodass man zwei, drei Portionen davon im späteren Diätverlauf auf jeden Fall nehmen kann. Aber ich würde auf jeden Fall erstmal abends das Koffein weglassen, denn Schlaf ist immer noch Nummer 1 Fettverbrenner. Ab in den Flieger heute nach UK und dann ist es einfach crazy schon. Dann ist es einfach bald wieder soweit. Aber ich habe Bock, ich sage es euch, ich habe richtig Bock. Die letzten Tage habe ich versucht ein bisschen zu verarbeiten, aber es ist immer schwierig, sage ich euch ganz ehrlich. Real Talk hier an der Stelle, das Ganze mit der Verarbeitung findet bei mir erst viel später statt, beziehungsweise braucht eine gewisse Zeit. Und ja, da alles bei mir so Schlag auf Schlag geht und hier und da und das stellt als nächstes an, habe ich eigentlich nicht so wirklich Zeit, das Ganze zu reflektieren. Ob es gut oder schlecht ist, weiß ich nicht, aber hat mir jetzt auf jeden Fall nach der Niederlage, in Anführungsstrichen, sehr, sehr gut geholfen, mich einfach wieder aufs nächste Ziel zu fokussieren. Ich glaube, das ist als Profiathlet auch sehr, sehr wichtig. Egal ob Sie in der Niederlage gerade im subjektiven Sport wie Bodybuilding gehen, ich oder wir da draußen betreiben, ist es normal, dass man nicht immer gewinnen kann. Und ja, da muss man sich auf jeden Fall psychisch auch darauf vorbereiten. Das habe ich jetzt gelernt und nehme jetzt einfach das nächste Ziel vors Auge und versuche da alles rauszuholen, was mir möglich ist. Deswegen gehe ich auch gern spazieren, sage ich euch ehrlich. Das sind immer Baustellen und so und dann kann ich mich immer wieder selbst daran erinnern. Die Zeit von damals reflektieren, wo ich halt das gemacht habe, was mir jetzt nicht Spaß gemacht hat, wo ich keine Lust hatte, morgens aufzustehen und so. Und dann denke ich mir halt auch immer, wenn es Tage sind, die hart sind, die richtig zerren, dann erinnere ich mich daran zurück und sage, hey, du könntest jetzt auch das machen, worauf du gar keinen Bock hättest. Und ja, das ist hier auf jeden Fall auch eine kleine Story am Rande. Seid dankbar für das, was ihr habt. Was geht ab, Leute? So, der Walk nahe sich dem Ende zu. Und wo bin ich am Start? Auf dem Spielplatz, wo früher die ein oder andere Kippe geraucht wurde in der Jugend. Spaß beiseite, Mama habe ich nicht gemacht. Was ich mache, ist jetzt noch ein bisschen Abs, Alter. Ich hänge mich jetzt da hin, mache ein bisschen Beine heben so und ein bisschen Vakuum-Training. Dachte mir einfach, wenn die Sonne lacht, machen wir Ghetto-Workout. Hey, ich sag's euch, ich feiere sowas richtig. Früher auch oft gemacht. Sergi Aleko, liebe Grüße an euch. Draußen immer einen reingepumpt. So einen auf Calisthenics-mäßig Klimmzüge gefährt, Stipps gemacht, Liegestützen. Danach ins Freibad im Sommer. Also, wenn die Sonne lacht, geht auch mal raus. Macht ein bisschen Sport, so fit halten. Oder ja, wenn ihr einfach morgens auch spazieren geht, geht ein bisschen in den Park. Macht ein paar Klimmzüge, Liegestützen. Ein bisschen Bauch, Beine heben, Crunches, dies, das. Ich habe jetzt hier zwei Runden Beine heben gemacht. Und dazwischen immer Vakuum, sprich meinen Bauch reingezogen. Einfach für die Bauchkontrolle. Jetzt mache ich hier noch ein, zwei Runden und dann beende ich den Walk. Let's go. So, Leute. Pre-Workout Meal wurde inhaliert. Die Sachen sind auch gepackt. Ich sag euch ehrlich, ich bin echt, echt durch. Aber nichtsdestotrotz geht es jetzt ab ins Gym. Ab in die letzte Session hier auf deutschem Boden. Wir pumpen Schulter und Bizeps durch. Und ihr kriegt jetzt mal einen kleinen Einblick. Alicia kommt mit, die filmt ein bisschen, was wir euch noch mal pushen. Dreimal auf den Raten, wo wir gelandet sind. FitX, wie heute Morgen versprochen. Volle Bude, Alter. Ich verstehe nicht, wie man hier trainieren kann, wenn man richtig Leistung braucht. Die Kapuze bringt nicht fliehen, wurde jetzt schon gesichtet. Aber wir gucken, dass wir die Kautpausenzeiten gering halten. Wirklich nur durchpumpen. Stefan hat gesagt, nichts unter 10 Wiederholungen. Einfach schön pumpen, pumpen, pumpen. Schultern, Bizeps und dann raus hier. Deswegen, gut so ein Knack. Ich bin schon gerade klar, ich bin wirklich in diese Übung. Keine gute Sache, dass hier so viel los ist. Es ist hier heiß wie in der Dampfsauna. Das ist die Dampfgrosse hier am Tierpark. Das ist mir doch völlig verrückt. Nur Schultern zu trainieren. So eine richtige Disco-Pump-Session. 20 Minuten trainiere ich jetzt. Und mit Schultern schon fast durch. Ewig auch kein Schulterdrücken gemacht. Das letzte Mal mit dem Magus. Liebe Grüße. Heute aber nicht schwer und falsch. Und der eine oder andere fragt sich jetzt, warum trainierst du jetzt so? Ich habe morgen schon ein bisschen angesprochen mit diesem Stress. Stresslevel auf dem Körper. Und wenn du dich jetzt asozial wegräust, das kennt der eine oder andere von euch, der sich immer wiegt. Wenn ihr Beine richtig zerstört, am nächsten Tag ist er den meisten schwerer auf der Waage dann. Weil diese, ja, der Damager-Muskel, also dadurch, dass man die Fasern zerstört hat im Training, das ist ja immer eine Entzündung. Und der Muskel ist dadurch auch gereizt. Deswegen auch Muskelkater. So entsteht das ja. Dann muss der Körper nicht heilen, um das Ganze zu verarbeiten. Was wollen wir aber vor dem Wettkampf haben? Wir wollen die Inflammation, also die Entzündung im Körper niedrig halten. Damit auch das Gewicht droppt. Damit auch der Körper, ja, erholt, auf der Bühne aussieht, frisch aussieht, der Muskel gut aussieht. Und wir wollen jetzt eigentlich nur die Glykogenspeiche, also die Zellen sozusagen entleeren mit den Kohlenhydraten. Die dann nach der Abwaage voll machen wie möglich, dass halt eben der Muskel ein und ein Hund ist, on stage. Jetzt sind wir fertig mit Training. Jetzt gehen wir Ringe schauen hier. Gold, Silber, Gelb, Gold mit Diamant. Was wäre dein Pick? Der da hinten. Mit Diamant. Überschön, ja. Der da ist jetzt nicht drauf gekommen, gell. Schreibt mal in die Comments, ob er Litsche einen Klunker am Ring haben soll oder nicht. Ich finde es so eigentlich schon fresh. Aber es muss mir nie gefallen. Vielleicht auch, weil ich Schwabe bin und für 159 Euro wäre ich schon ein mieser Schnopper. Komm, Silber wird schon. Ja, Leute, genug Ringe geshoppt und Glykogenspeicher geleert. Könnte der Video des Titels sein. Ehring shoppen, three days out. Spaß beiseite. Jetzt geht es ab nach Hause. Freunde, das war das letzte Training auf deutschem Boden. Und morgen gibt es das letzte. Zusammen mit Stefan. Also bleibt am Ball. Es wird wieder Daily Content geballert. Die Sachen sind gepackt. Und das heißt Adios Berlin. Alice hat mir noch einen Glücksticker. Und zwar Da hin. Worin du willst. Schmeine. Waschbärgeng. Wir haben meine Waschbärgeng hier am Start. Alles wurde getan, was ich tun kann. Und jetzt geht es los. Arnold's UK. Wir kommen. Was geht denn hier ab? Hey, ich habe total vercheckt zu filmen. Wir sind jetzt hier in Düsseldorf am Start. Und die ganze Crew auch. Stabilste Kameramann EU-West. Zweitstabilste Kameramann EU-West. Stabilste Kameram EU-West. Drittsirch. Alice am Start. Und Alices Vlog kommt gleich. Also wer den jetzt noch nicht gesehen hat, soll es abchecken. Ich esse jetzt mal was. Das ist auch schon ein paar Stündchen her. Hoffen, dass das Gepäck nachher kommt. Und dann steht UK nichts mehr im Wege. Good old chicken. Hier ist eine Kartoffel drin. Die hat sich verrutscht. Da ist Zucchini drunter. Und hier sind noch mehr Potatoes. Und wir haben die Borderlof Roder. Der Borderlof Roder. Und wir sind jetzt die Kartoffel für heute. So Leute. Wir sind angekommen. Birmingham Airport. Nach einer Wanderung auf dem Jakobsweg. Zum Sixt. Autoverleih. Ja. Checken wir jetzt eine Karre ab. Und dann dürft ihr uns auf jeden Fall alle die Daumen drücken. Dass unser Fahrer hier. Ja. Auf der linken Straßenseite. Das PKW beherrscht. Jetzt gucken wir mal welche Karre es wird. Wir denken es wird der weiße Tesla. Was ich auf jeden Fall nicht so feiern würde. Denn wir haben ordentlich Bagage mit am Start. Und ich will auf jeden Fall nicht zu spät Freitags zum Wettkampf kommen. Weil der Tesla leer ist. Aber wir gucken. Und sehen dann welcher es wird. Leute. Hier ist es geworden. Es ist der Tesla. Und der Bär darf dann zum ersten Mal auf der linken Seite des Fahrzeugs sitzen. Ha. Kleiner Joke am Rande fahren darf ich immer noch nicht. Aber in England ist Linksverkehr. Und deswegen sitze ich hier auf jeden Fall am deutschen Steuer. Naja. Hauptsache das Lachen haben wir noch nicht verloren. Aber da hinten hat gerade Tetris gespielt. Und irgendwie versucht unser ganzes Gepäck reinzufliegen. Eigentlich hat mein größter das Auto gebucht. Aber die haben es mal wieder verkackt. Beziehungsweise wurde er übergestreikt. Und die hatten jetzt keine größeren Autos mehr da. Aber wir finden eine Lösung. Und allzu weit haben wir es nicht zu fahren. Willkommen zu der Klassik-Kastel. Bodo Bodo Bodoa. Jungs, Mädels. Wir sind angekommen hier. Ja, wir haben mal wieder eine geile Bude. Alice sei Dank. Ihr habt mal wieder Booking hier durchgespielt. Uns hat geiles gebucht. Hallo. 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 Wie geht's? Gut und dir? Willst du uns einmal hier unten die Gemächer zeigen? Eigentlich nicht, aber ich tue es einfach. Wie fühlst du dich als eine Vloggerin? Ich bin dem Dschungelcamp ein Stück näher gekommen. Ist es so, dass du jetzt oft auch angesprochen bist, ob du, ey, bist du nicht die Vloggerin? Mein Vlog ist jetzt draußen. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich, wenn ich in Deutschland bin, geht es richtig ab. So, oh mein Gott, bist du's? Also, noch Zimmer 1, geht schon mal nicht auf. Zimmer 2. Eine richtig liebdose Toilette, die es für dich gäbe. Ja. Was ich vielleicht nicht eklig finde, ist dieser Teppichboden, sag ich dir ehrlich. Ein Wohnzimmer mit Esszimmer, das hat schon einen Charme, muss ich sagen. Sieht aus wie so von Oma von 80er, gell. Boah, ich hab auch irgendwie fühl mich irgendwie mit meiner Oma hier. Meins weiß gar nicht, sag ich dir ehrlich. Hier, Memoricks Zimmer. Ich finde auch dein Kleideschrank richtig süß, gell. Ja, ich wohne bei der Tür, ich wohne bei der Treppe. Ja. Und unsere Küche, die finde ich halt umgehe, die hat auch so 80er Charme-Vibes. Ja. Ich finde halt, das ist so ein typisch... England. Die Alte ist am Stab, oder? Niemals Berliner Flughafen, meinte der. Ha, Proteine oder Kokain? Hat er einfach gemacht und macht dann den hier. Und das hier? Grüße geben wir aus, aber wir haben hier Glutamin abgepackt, weil wir waren uns nicht sicher, ob das Paket kommt. Und hier natürlich... Was ist das denn? Spaß, Leute, ist nur Salz hier. Wir haben Salz am Start, wir haben... Oh, Grizzly Shred! Ab jetzt erhältlich. Ich weiß nicht mehr, ob welche noch welche da sind, aber... Jetzt ist er da, Leute. Doch, das Video kommt zum Drop. Ja, dann ist er ab jetzt 18 Uhr im Laden. Davon haben wir zwei Dosen direkt mal am Start. Falls eine nicht reicht, aber... Shredded sollten wir jetzt sein, aber wenn ihr es noch werden wollt, checkt es auf jeden Fall ab. Wir haben Sleep Spray, das wird mich heute ins Delirium schadern. Mit welchem Chor kriegt man das? Alicio. Alicio. Wir haben auch, passend zu den News, wir haben Daily Sour Power. Auch wieder, wenn ihr das Video seht, die schnellen Füchse gibt wieder ein Restock heute. Und es gibt auch ein Restock von dem hier. Es gibt hier massig Restock. Und wir haben das Ding hier im Handgepäck transportiert, wir haben noch Whey dabei. Und natürlich, weil diesmal darf beim Laden hier auf jeden Fall nicht schief gehen, das muss alles passen. Wir haben Reis-Pudding dabei, einen ordentlichen Boddich. Und wir haben... Die Leute dachten sich halt echt an BER, was ist mit dem falsch? Wir haben Flohsammschal und wir haben morgens nüchtern Zapfs. Der hat zusammenkracht, Alter. Also die Snacks haben wir auf jeden Fall schon. Aber du musst links rum... MEF. MEF, der wieder rechts unterwegs. Das ist das Rampen-Melodie-Fall. Ich lasse den Karren gleich los. Ich habe einen Surfen hier. Ich hole die Marantz, nicht dass die Alte sich hier noch umbringt. Ja, Jungs, was soll ich sagen? Es geht schon wieder los. Raspberry Pilled Donuts. Ich weiß, dass die dich richtig anmachen, Bruder. Verflöp. Ja. Hau rein. Schön hier soft baked, Alter. Das ist immer ein Rappet. Gucken, was die UK zu bieten hat hier. Wir brauchen Karbs. Karbs, Wasser und Tränke für Kost. Ribena Light. No added sugar. No added sugar. Da ist Zucker drin, Alter. Labert mich doch nicht voll. Aspartam ohne Ende hier. Und hier haben wir, hier im Vergleich zu den Amis, haben die wenigstens Salat am Start. Guten Lettuce. Macht man nichts falsch mit. Überall gibt es Spargel. Das ist der Teure, aber der ist gut. Ich sag mal so, man nimmt mit, was man kriegen kann. Small six-pack Bananas. Das sind Baby-Bananen. Das sind ganz small six-pack. Schaut bei meinem OF vorbei. Datteln auch geil zum Karber. Feier ich eigentlich sehr. Dann kann man so statt Honig oder Zucker auch verwenden. Haben noch ein paar Ballaststoffe und habe ich ganz gern. Potato. Couch Potato. So mini Potatoes. Schon fertig gemachte Potatoes. Niemals. Übergeil. Neh, Leute. Kass, guck mal hier. Two baked potatoes with cheddar, Alter. Du musst die einfach in den Ofen ballern. French fries gibt es auch hier. Hier gibt es ein Bucket for two. Was soll ich euch sagen? Wir haben hier den halben Laden leer gekauft. Und trotzdem haben die uns rausgeschmissen. Filmen durften wir nicht. Wir haben auch vorher nicht angefragt. Bin ich euch ehrlich. Aber wir haben einiges geholt. Das würde ich Alicia dann gleich die Bloggerin erklären, wenn wir daheim sind. Denn hier landet das Ganze natürlich auch ein. Was haben wir gekauft? Ich würde damit beauftragen, jetzt unseren Einkauf zu zeigen. Wichtig für Mev und mich. Es muss einfach unterher gehen. Deswegen dieses Shredded Chicken Press. Zwei Minuten in die Mikro. Wir haben ganz viele Softgetränke für eine Post-Job. Prime ist in diesem Haushalt auch ganz wichtig, wenn man mit Mev unterwegs ist. Dann haben wir Gemüse. Shredded Lettuce. Wir haben Chicken. Eier für Ur. Es ist ganz viel Wasser. Auch in England nutzen wir kein Leitungswasser. Wir haben, keine Ahnung, was sich das gekauft hat, hätte ich gesagt. Nein. Jemand Unnötiges. Wir haben ein paar Gewürze. Zum Laden haben wir schon ein Marathon-Rice gefunden. Diesmal kein Honigbärchen, sondern ein Bienenbärchen. Ja, eine Biene. Reine Biene. Fleisch. Datteln haben wir auch noch oben. Genau, Datteln. Mechul, Datteln, dann geht es weiter hier. Die letzten Bananen, die man gefunden hat. Quaker. Hier für mich Quaker lässt grüßen. Wenn ihr den seht, dann wisst ihr, die Pralität ist nicht weit entfernt. Gluten-free. Einfach gut verdauerbar. Sonst haben wir alles am Start. Jetzt gibt es bei mir letztes Meal hier. Protein oder Kokain, ihr könnt euch erinnern. Wir haben 50 Grammoy am Start. Und dann geht es auch ab ins Bett. Dann gibt es noch ordentlich Sleep Spray. Und dann heißt es hier, dass ich bin echt müde. Die Waschbällen-Gang. Anreise zu Arnold's UK wäre verbracht. Der ein oder andere in zwei Sprühstöße vom Melatonin-Spray. Das sehe ich aber. Oh, das ist neu. Nehmen wir das. Gib mir die Wappel ein. Nein. Ja. Ja. Die Pumpe ist ein bisschen kaputt. Geht nicht? Aber es ist halt kein E-Sin. Den 20 Sprühern. Müssen wir gucken, ob morgen ein Video kommt. Ob ich aufwache. Dann gibt es jetzt noch Vitamin C hier. Und da gibt es so einen kleinen Dreckslöffel drin. Den braucht kein Mensch. Den nimmt er einfach einen Scoop. Und so seid ihr safe. Dann. Auf die Schnelle. Ihr kennt es. 50 Whey. 50 Wasser. The only way to eat whey. Wie ich es immer schön sage. Gut angemischt zum Pudding. Davon kommt dann noch die gute Almond Butter rein. Und dann haben wir es heute geschafft. Jetzt ist es ab ins Bett. In Deutschland ist es schon 23 Uhr. Hier ist jetzt 10 Uhr. Und das ist da definitiv nicht mehr meine Uhrzeit. Aber Freunde. Die Arnold's UK steht vor der Tür. Und wie der Bär schon gesagt hat. Er ist hungrig. Klare wortwörtlich. Aber ich freue mich, dass ihr am Start seid. Weiterhin supportet. Die Reise hier auch weiterhin verfolgt. Deswegen sage ich. Kuss geht raus. Abonnieren. Liken. Und das Ganze teilen. Und wir sehen uns morgen früh. In alter Frische. Und dann geht es wieder los. Bodybuilding vom Feinsten. Gute Nacht.